Grenzen überwinden durch gemeinsame Investitionen die Zukunft. Dank europäischer Fördermittel können in der Euro-Region Spree-Neiße-Bober deutsch-polnische Projekte unterstützt werden. Beispielsweise das grenzüberschreitende Städtebau-Konzept Guben-Gubin, Fahrradwege oder hunderte Begegnungsprojekte. Vereins- und Dorffeste, Schulpartnerschaften, Kontakte von Kommunalpolitikern über die Grenze hinweg gehören heute zum Alltag. Bleibt allein die Sprachbarriere. Die Kinder im Montessori-Kinderhaus Guben überwinden die spielend.